Schwerkranker Schauspieler Warum ganz Deutschland mit Heinz Hönig leidet, oder stinksauer auf ihn ist. Schwerkrank, aber ohne Krankenversicherung, der Fall Heinz Hönig spaltet Deutschland. Während viele Fans Mitleid mit dem bekannten Schauspieler haben und für seine anstehenden OPS spenden, hagelt es in online vor einharsche Kritik. Familienbesuch für Heinz Hönig, wie die Bild-Zeitung berichtet, konnte der 72-jährige Schauspieler nach seiner ersten schweren Operation an der Speiseröhre jetzt seinen dreijährigen Sohn Giuliano und seine Ehefrau Annika Hönig am Krankenbett empfangen. Großes Mitgefühl unter den Fans Doch es handelt sich nur um ein kurzes Aufatmen, denn der herzkranke Hönig hat noch mehrere Operationen vor sich, unter anderem einen größeren Eingriff an der Aorta. Das Problem, wie Anfang Mai bekannt wurde, hat der Schauspieler keine Krankenversicherung. Er ist auf Spenden seiner Freunde und Fans angewiesen. Rund 150.000 Euro sind in vergangenen Wochen durch die Plattform Goof und mit zusammengekommen. Das Schicksal des 72-Jährigen bewegt die Menschen sichtlich. Kein Wunder, Heinz Hönig gehört seit seiner Rolle als Funk-Martinrich im Kriegsdrama das Boot schließlich zur Riegel der bekanntesten deutschen Schauspieler. In mehr als 140 Film- und Fernsehproduktionen spielte der 72-Jährige bis heute mit. Viele sind mit ihm aufgewachsen. Dass gerade er nun so hoch verschuldet ist, dass er seine Krankenkassenbeiträge nicht mehr bezahlen kann, sorgt für Erstaunen. Unter dem Spendenaufruf bekunden zahlreiche Fans ihr Mitleid und senden Genesungswünsche. Lieber Heinz, sei stark, lass dich nicht unterkriegen und denk an deine Familie. Wir haben fleißig für dich gespendet, heißt es hier. Ein anderer Nutzer schreibt, Lieber Heinz, du hast uns als Schauspieler viele packende und ergreifende Momente geschenkt, da geben wir doch gerne auch etwas zurück. Vor kurzem hat er doch 150.000 Euro fürs Dschungelcamp bekommen. Viele kritisieren das deutsche Krankenversicherungssystem. Als freischaffende Kollegin möchte ich hier unterstützen, schreibt eine Spenderin. Es gibt zu viele aus unserer Zunft, die nicht krankenversichert sind, weil sie es sich schlichtweg nicht leisten können. Da muss dringend was getan werden. Doch nicht alle sind dem Spendenaufruf, den Hönigs guter Freund Ralf Siegel ins Leben gerufen hat, so wohlgesonnen. Ganz im Gegenteil, in den Kommentarspalten eines Focus Online-Artikels zum Thema, gibt es einige kritische Stimmen zu Hönigs Fall. Viele finden, der Schauspieler hätte besser vorsorgen müssen. Gerade Schauspieler sollten wissen, wie wichtig eine lückenlose Krankenversicherung für sie ist, schreibt einer. Im Notfall dann die Allgemeinheit um Hilfe zu bitten, scheint eine doch sehr individuelle Auslegung von Solidargemeinschaft zu sein. Andere wundern sich, weshalb ein gut beschäftigter Schauspieler wie Hönig nun in so einer prekären Lage ist. Herr Hönig hat in guten Zeiten sicherlich viel Geld verdient und da war der Abschluss einer Versicherung nicht möglich? Fragt eine Leserin. Außerdem habe Hönig, so ein anderer Kommentar, doch vor kurzem erst für zwei Tage Dschungelcamp 150.000 Euro bekommen. Da hätte er sich die private Krankenkasse doch leisten können. Ralf Siegel Ich kenne sehr viele Kollegen, denen es ähnlich geht wie Heinz. Für die einen ist Hönig also der zu bemitleidende Lieblingsschauspieler, für die anderen ein ehemals gut verdienender Star, der nicht in die Krankenkasse eingezahlt hat und nun Solidarität von seinen Fans erwartet. Tatsächlich gibt Hönigs Frau Annika im Gespräch mit RTL zu, er hat früher gutes Geld verdient und hätte Vorsorge treffen können, ja. Doch ganz so einfach ist Hönigs Situation laut seinem engen Freund, dem Komponisten Ralf Siegel, nicht, ich weiß, dass Heinz mit dem Geld, das er Anfang des Jahres in Dschungelcamp verdient hat, seine Schulden bezahlt hat, äußerte sich Siegel im Gespräch mit bunte.de. Viele Schauspieler seien in ähnlichen Situationen, es gibt so viele, die gerade, wenn sie älter werden, viel weniger Jobs bekommen als früher, so Siegel. Diese Menschen haben viele Probleme. Ich kenne sehr viele Kollegen, denen es ähnlich geht wie Heinz. Mit dem Erfolg steige zunächst automatisch der Lebensstandard. Wenn man dann älter wird und der Erfolg ein bisschen nachlässt, was gerade bei Künstlern oft der Fall ist, dann kann es sein, dass im Leben eine vollkommen falsche Situation entsteht, die diese Menschen so nie erwartet hätten, so der Kult-Komponist. Ihn selbst habe Hönigs Lage sehr nachdenklich gestimmt.